Hi, Helge hier aus Frankfurt, Germany und Mario Carillo. Hi, ich grüße euch. Servus. Zunächst einmal, bevor wir Musik machen, brauchen wir das Teil hier. Was willst du denn damit? Wir haben Corona. Da brauchen wir Abstand. Abstand, ja. Kein Problem. 1,50 Meter, Abstand, nicht Körpergröße. Okay, also so rum dann. Ja, Sänger halt schon. Sänger und Musiker, ja genau, passt schon. Plus 10 cm bitte, künstliche Freiheit. Ja, das können wir gerne so machen. Passt. So, jetzt haben wir das geklärt. Solange du nur da hinten die Tasten spielst, ist alles gut. Genau, also die oberen lasse ich ein bisschen weg heute. Gut. Also, der Mario möchte euch etwas, wenn ihr mögt, aus seinem Leben erzählen. Ja, genau. My life. Alright. Got a call from an old friend, we used to be real close. Dann. Und jetzt. Das ist das ganz schön. Ich bin schon mal nemen. Coach, now he gives them a stand-up routine in L.A. I don't need you to worry from me cause I'm alright. I don't want you to tell me it's time to come home. I don't care what we say anymore, this is my life. Go ahead with your own life, leave me alone. I've never said you had to offer me a second chance. I've never said you had a worldly circumstance. I still belong, don't get me wrong. And you can't speak your mind but not on my time. They will tell you can't sleep alone in a strange place. Then they tell you can't sleep with somebody else. Or a tuner or a lady, you'll sleep in your own space. Either way it's okay, wake with yourself. I don't need you to worry for me cause I'm alright. I don't want you to tell me it's time to come home. I don't care what you say anymore, this is my life. Go ahead with your own life, leave me alone. I never said you had to offer me a second chance. I never said I was a victim of circumstance. I still belong, don't get me wrong. And you can speak your mind but not on my time. I don't care what you say anymore, this is my life. Go ahead with your own life, leave me alone. 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 Ja, Malas, Mario Carillo. Vielen lieben Dank, Herr Jo. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich gerne mal ganz kurz alle Künstler, Sängerinnen, Sänger, Veranstalter, Eventveranstalter, was auch immer, ganz herzlich grüßen und kann nur sagen, durchhalten, Leute. Irgendwann werden wir wieder zusammenarbeiten, auf der Bühne stehen, Spaß haben und die Leute unterhalten. Darauf hoffe ich, dass das relativ schnell geht und bis dahin, ciao, liebe Grüße, bleibt gesund. Ciao, macht's gut.